hallo minecraft herzlich willkommen zur nächsten folge sky factory läuft er ist hier wahrscheinlich irgendwo unter den bäumen gespawnt da kann es nämlich passieren wir müssen noch ein paar upgrades für die fässer und machen ich habe da noch offline ein bisschen weiter gebaut und zwar wollte ich zum einen müssen upgrades machen obsidian heißt die white upgrades wo es eben noch nicht vorhanden ist immer ein bisschen was mit außerdem wollte auch man noch diese hier in kreis des deutsch capacity bei 46 64 6 da braucht man ein paar davon das heißt wir brauchen eine ganze menge an pistens haben wir überlegen wieder wie das ging hunger hat man auch ein bisschen das rezept müsste so gewesen sein ach quatsch da könnte noch als nutzung schon lange nicht mehr gemacht ist ich dachte eigentlich noch irgendwo mehr pisten oder besser zumindest habe ich die jetzt wieder weggepackt müssen wir uns noch mal welche machen man muss sowieso noch nicht die ganzen menge von bauen hier gerade mal ein paar reste ja für die kisten könnten ja eigentlich immer auch das robot nehmen können sind ja immer drei in der reihe nicht zwei und dann haben wir uns noch zwei kisten bitte 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 jetzt hat man so viele reicht es doch nicht ich bin zehn werden nicht reichen bisschen mehr machen zum glück haben wir genug holz das ist normal noch nicht genug aber jetzt hoffe ich mal dass das reicht jetzt haben wir keine pistens mehr die kiste so anbietet lamm mit minzsoße okay erst mal mal hat satt gemacht so so sind wir gar nicht in barrel sets hier so so gut welches abgabe noch wir brauchen die 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 diese hier wir haben aber keine mehr so was wollten wir gerade machen Pistons glaube ich wir haben gerade ja nichts anderes zu tun 4 Stacks 4 1 davon und 1 davon ich hatte übrigens das letzte mal wieder vergessen auszusehen meine Cobblestone Maschinen auszuschalten so dass wir jetzt gerade wieder genug anderes Zeug haben 37 Stacks Gold, 88 Aluminium auf der anderen Seite sieht es ungefähr genauso aus sogar ein bisschen mehr Aluminium das ist ganz gut gewesen dass ich das vergessen habe auch wenn es dem Server nicht so geholfen hat so gut dann können wir hier unten die Upgrades noch reinhauen so böser Spike hier ist jetzt soweit abgegradet dass alles hier nochmal aufgefangen werden kann und auf der anderen Seite habe ich einmal haben wir zufällig ein Item Conduit haben wir nicht also die Item Conduit Leitung geht einmal komplett außen rum und nicht mehr hier direkt dran so dass die Items auf der anderen Seite abgefangen werden können das ermöglicht uns einfach mehr Speicherraum aber jetzt sollte man gucken kann man weggehen danke und 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 wo diese drin hier ist es ziemlich sinnlos hier fehlt überall das ist klar die habe ich nämlich erst aufgestimmt dann kriegen die storage upgrades noch auf jeden fall dieses können ich muss die anhand der gold abbrechen die kürzlichen überall gleich aus 246 viermal 6 sind 24 24 und 20 22 136 36 37 aber davon haben wir ja gar nicht genug muss man davon auch noch nicht machen rrrr nochmal noch ein paar Pistens 37 habe ich glaube ich gesagt 37 oh Gott werden das viele Sachen die wir brauchen so das passt schon mal dann holen wir uns noch ein bisschen Holz ich flanz mal das wäre mir zu viel Mühe ich hoffe mal irgendwann reicht so einfach und dann ist gut so 95 fesse 37 wir haben jetzt 31 höh jetzt zum Glück haben wir auch noch davon ein bisschen was da von einem Cobblestone so wir haben schon wieder keine Fässer mehr das gibt es da nicht wir müssen gleich noch mal ordentlich besser bauen und dann so und da oben haben wir wieder mensch mensch markus nein so heißt ich nicht aber kennt er vielleicht nicht mal auf pro 7 glaube ich war das mit dem etwas kompulenteren schauspieler der so einen großen kopf hat eine ganz coole serie 38 fässer na dann gucken wir mal ob das jetzt endlich reicht welche upgrades wollte ich noch machen 35 36 eins brauchen wir noch aber ich glaube ich mache einfach weiter so gut 32 43 und jetzt brauchen wir noch die gold prints müssen wir wieder ein paar zäune machen ein paar viele zäune ich weiß hier ist noch was drin warum ist das hier so komisch habe ich mich da etwa verklickt kann das sein dass ich mich mal verklickt habe okay also davon brauchen wir eigentlich auch was habe ich gesagt 37 und mein ganzes holz geht drauf ich habe bald keins mehr und die kisten sind auch alle leer 1 2 3 4 ich baue wahrscheinlich einfach in zu großen mengen vorhin habe ich noch so viel schönes holz vor allem ist das alles wieder per hand kraft und das ist ja auch scheiße oder schade oder nervig nervig passt auch sehr gut 37 so ich hoffe mal das reicht da kommen lauter goldfässer unten rein ah 13 ok so und jetzt kommt hoffentlich dieses upgrade da rein jawohl also im grunde kann ich die monsterfalle jetzt laufen lassen bis zum ende weil so viel wird dann niemals ankommen wo steht es denn was da rein da oben rechts gut ich habe mich wohl hier irgendwie verrechnet wie auch immer das war es aber von der heutigen folge ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs zuschauen die herzen werden die herzen werden nicht abgesaugt verdammte axt diese stehen zu weit hier unten vielleicht muss ich dann nochmal jetzt mit den alten konduits verändern geht doch weg und bis zum nächsten mal der ist noch der ist noch bitte bitte so jetzt vielleicht ist die wahrscheinlichkeit dann höher dass das funktioniert vielen Dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal ciao Minecraft bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal